Gute Musik Gute Musik Gute Musik Moin Leute, was geht? Willkommen zur sechstenten Folge vom Lego Star Wars, die Skywalker Saga Let's Play So, wo waren wir? Hier Ähm, warum drücke ich schon X? Gute Musik Was bringt das jetzt eigentlich? Und die Tür hinzu Gute Musik Gute Musik Ähm Ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt kommt werde Gute Musik 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 Los, öffne die Rampe. Die Rampe muss runter, sonst machen wir es nicht mehr lange. Repariere es aber richtig. Wir müssen in einem Teil hier rauskommen. Nicht in 7000 Klein. Ich weiß nur, wie der Bluff ist, wenn ich nicht gestillt habe. Oh, Flamme hat das geblatt. Ich weiß nicht, dass Flamme hat das geblatt. Oder, 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 oder? Oh, das ist ein Mauser-Trupp, da war ich gerade. Oh, das war's! Oh, das war's! Boom! Boom, alle wegfallen! Was ist da wieder eine, eine? Alter, was schreibst du weiter? Ach so, das war so, ähm, also in Deutsch. Oh, Leben. So mal, ich verletze mich jetzt schon noch kommen. Worüber? Ähm, da ist das, Analyse. Von jedenfalls, so ein Buch, ähm, wie auch immer es heißt, ach so, das kunstleidende Mädchen, das ist die erste Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist, das weiß man nie vorher. Ich würde aber auch mit dem Buch zu tun haben, das auf jeden Fall. Ähm, ich bin vorbereitet. Was soll man da vorbereiten? Ich lese morgen das Buch nochmal und das war's dann mit Vorbereitung. Warum, hier kann man da nicht lernen, leider. Und ich lese, das. Ach so, und die deutsche Rechtschreibung können ich nochmal lernen, aber... Äh... Und Zeichensatzung. Wieder auch noch down, danke. Ja, ich muss die Mathe lernen, ja gut, da kann man wenigstens was lernen. Kann ich mir Gonk-Troiden holen? Wolltest du mich verarschen, Game? Weil ich nicht brauche, dass ich die ganze Zeit den Gonk-Troiden. Ich befürchte es in mich doch. Ich mach mal weiter. Viel Spaß, ne? Nein, da. Tschui, schaff uns raus hier! Das waren die Droiden, die wir gesucht haben! Ja. Oh. Schnallt euch an, ich mach jetzt den Sprung durch die Lichtmauer. Lichtmauer. Wir haben ne Tasse verloren. Ähm... Ähm... Das muss jetzt bald Alderaan sein. Was? Wo ist es? Vernichtet. Vom Imperium. Er fliegt auf den kleinen Mond zu. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. So, ein Traktorstrahler wird uns erfasst. Er zieht uns rein! Äh... Da verliert ihr. Aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Ähm... Ich lange nicht mehr. Nein. 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 Das war's nicht. Äh... Ja. 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 Das ist neu. Ähm... Das macht nichts. Das macht nichts. So vertraut. Äh... Der Gong-Truppler. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte, würde ich am Traktorstrahl festkleben. Überlass das mir. Ben Kenobi. Die Schrottmühle. Freiespiel. Freiges Spiel. Freigeschattet. Wie hatten wir denn? Weiß wie viel, ne? Ach, ja. Einiges. Ja. Und so, Episode 4. Da ich nicht verkleidet bin, sollte ich besser Abstand von diesem Kollegen halten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. macht es nicht windowsöl. �